Hi Leute und willkommen zurück zu Stronghold in der Definitive Edition. Wir sind dabei irgendwie, ja, die Kirche hier zu retten oder so. Wir werden übelst angegriffen. Ich weiß nicht, wie ich das halten soll. Und ja, ich bin gespannt, wie wir den nächsten Angriff abschlagen können. Ich denke, es wird sau schwer. So, ich kann noch. Weiß ich nicht, kann ich das denn? Wenn ich das Ding brauche. Okay, ich weiß nicht, ob ich den Mönch herstellen könnte. Aber das hilft mir ja aktuell auch nicht. Ich bin zur Stelle. Schild bereit, eure Lordschaft. So. So, gut. Schnell nochmal. Ah, hierhin. Lassen Belagerungsgeräte. So. Und los. Konstruieren Belagerungsgeräte. Bin zur Stelle. Och. Oh. Pfeile. Mehr Pfeile? Ähm, kann ich noch? Ja, kann ich. Oh. So. Wenn ich mehr Holz hätte. Soll ich mir Holz kaufen? Bewege dich da raus, ey. Die schwarze Lönche sind geil. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die alle zurück schlagen soll. Das ist ja fast ein Ding der Möglichkeit. So. Ich glaube, hier bringen wir noch ein paar Ressourcen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Alles, was ich habe, ist Nahrung. Im Grunde. Eure Beliebtheit steigt. Aaaaahchtung! Mein Bogen ist euer. So. Mein Herr? Mein Herr? Ich bin da hin. Aaaaahchtung! Ah, ich kaufe die Gaben, dass sie jetzt nicht hier weg... Och, Mist! Schildbereit! Eure Lordschaft! Können die mal aufhören, da durchzukommen. Aber leider auch keine Billing-Einheiten, die das wieder ausheben könnten. So, ähm. Holz kriege ich. Nahrung. Wollte ich eigentlich kaum verkaufen. Halt sie einfach irgendwie auf. Was? Wo? Oh ne, er ist hier durch. Oh nein. 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 Kann da natürlich mit allen Einheiten da durch. Shit. Das war's. Das war's. Oh nein. Boah, krägen sie ihn auch mal tot. Ist ja übel. So, ja, jetzt kommen die alle rein Ey, wie das denn? Hä, wie macht er das? Ist doch gar nicht möglich Ja, wir haben verloren Ah, ich muss auf normal spielen Sonst bringt das nichts Das ist einfach zu schwer Schade Hätten sie das jetzt nicht geschafft, hätte ich es vielleicht überlebt Weil ich habe ordentlich Wir spinnen auf normal weiter Schade, schade Ja So, das heißt, wir machen das Ganze nochmal So, hier nochmal ein Durchgang Und ich brauche ein paar Mauern Dann kann ich das Ding nochmal hinsetzen Ei Es werden Waffen benötigt, Sire Ei Ob das Sinn macht? Gebt mir eine Schaufel So, dann direkt Nahrung So, jetzt muss der Nahrung auf jeden Fall reichen Überall ungefähr gleich Ja, endlich Mein Gutes Immer rein in den Dreck Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord So Der Anfang ist gemacht Ich bin Sollte ich die Bomben? Na, was ist weg? Achtung! So. Drei Häuser. Kann ich das hier noch abreißen. Und noch ein paar Bäcker bauen. So, nimm mal ein bisschen Holz. Ja ja, buddeln. Die schwarzen Mönche sind bereit. So, und dann würde ich schon mal durchbauen. So. So. Guten Morgen, eure Lordschaft. Und der Schatz kann man jetzt sich. Mal hochgehen. So. Okay. Das ist erstmal das Wichtigste. Euer Gnaden? Heiß wie die Hölle. Was soll konstruiert werden? Was wünscht ihr? Aggressiv. So. Auch. So. Ja. Euer Gnaden? Wie können wir helfen? So. Die benötigen Gold. Oh, wow. Was für Ehrenbelagerungsgeräte. Die Verdacht habe ich Gold. Schild bereit, eure Lordschaft. Fällt mir ein? Ich habe noch gar nicht. Das ist mit der Kuh gebaut. Ich glaube, das passt da jetzt noch ein. Ja, gut. Cool. So, und äh... Nee, Gold fehlt mir. Und los. Und... Schildmarsch. Eure Lordschaft. Ich weiß nicht warum. Irgendwie irritiert mich das mit dieser Drehung. Schild wird neu positioniert. Da zähle ich mal rechts rum und x links rum oder so? Verlassen Belagerungsgeräte. Seier. Konstruieren Belagerungsgeräte. Naja. Muss ich irgendwie klarkommen mit. Ähm... Dann... Was möchte ich noch machen? Eisen verkaufen. So, das kann ich leider nicht leisten. Heute kann ich noch Wecker leisten. So. Unsere Schatzkammer lehrt sich. So. Ich habe auf jeden Fall Holz. Nur leider kein Gold. Kann ich noch irgendwas verkaufen jetzt? Ungern. Schild bereit. Eure Lordschaft. Schild bereit. Eigentlich ungern was verkaufen. Äh... Was kann ich sonst machen? So. So. Geproduziert. Ähm... Was kann ich noch bauen? Noch ne Holzfäller? Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Seien wir deswegen jetzt ein bisschen genutzt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. So. Beschleunigen wir das Ganze mal. Zumindest auf 60. Ich hoffe, dass... Es war blöd, dass die das hier ausgehoben haben. Ich glaube, ich kriege jetzt mehr Zeit. Pech habe ich gar nicht so viel. Da können wir leider noch nichts verkaufen. Eine Botschaft des Schweins. Oh ne. Schlaf die Trommel. Blas das Horn. Das Schwein ist im Anmarsch. Direkt von vorn. Schild bereit. Eure Lordschaft. Schild wird neu positioniert. Verlassen Belagerungsgeräte. Waffen geschultert. Konstruieren Belagerungsgeräte. Der ist doch dumm. Konstruieren Belagerungsgeräte. Wieso macht der denn das jetzt auch? Der hat doch Pech. Schild bereit, eure Lordschaft. Schilden Truppen des Schweins greifen an. Schild bereit, eure Lordschaft. So. Schild wird neu positioniert. Verlassen Belagerungsgeräte. Verlassen Belagerungsgeräte. Zur Stelle. Ihr beide. Erstmal zurück gehen. Wie sieht es mit Waffen aus? Ja. So. Ihr geht erstmal wieder rein. Diesmal ist er ja ganz so übertrieben. Auf dem Weg. Oh. Ich habe gerade was gesehen. Das sollte natürlich nicht sein. So. Steine. Verhalte ich. Das verhalte ich. So. Das kommt auf jeden Fall gegen die Bäcker an. Das wächst. Perfekt. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. So. Okay, gut. Gut, dass ich mein Feuer jetzt auch schon auflöst. Achtung. Vorwärts. Und los. Im Laufschritt. Seier. Und. Marsch. Waffen geschultert. Bereits eure Lordschaft. Vorwärts. So. Zur Stelle. Sehr gut. So. Mach die Dame kaputt. Ich mag die Leute nicht mehr. Hehehe. Why? Woher kippt ihr das? Ernsthaft. So, jetzt kommt sie natürlich durch. So. So, jetzt so wenig Schaden abkriegen wie möglich. So, verlangsam. Erstmal alles verlangsam. So. 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 So.